Das ist die Chance für die Zukunft, auch generell für die Gastronomie und für die Landwirtschaft. Ich bin für die Zukunft sehr optimistisch. Die Chance heisst Slow Food, Entschleunigung per der Ernährung. Drei Südtiroler Lebensmittel haben es auf die Feinschmeckerliste gebracht. Neben dem Finlösser Brillenschaf auch der Arntaler Graukäse und das Finchger Urpaar. Untertitelung des ZDF, 2020